Überlegst du auch immer öfter, ob du das finanziell überhaupt alles stemmen kannst? Zerstören unsere Politkasper unsere Lebensgrundlagen bewusst? Sind sie wirklich so unfähig, wie es derzeit scheint? Diese Bundesregierung lässt zu, dass wir weiter geschröpft werden. Ölmultis dürfen sich weiter die Taschen vollstopfen. Das Ende des Rabatts, also des Tankrabatts. Rentner, Geringverdiener, ja, normal Menschen, normal Bürger kommen langsam an den Rand dessen, was möglich ist und die Regierung schubst uns alle weiter Richtung Abgrund. Andere Länder helfen ihren Leuten wirklich. Deutschland, Fehlanzeige. Hier zerstören satte Politnasen mit Gasumlage, Inflationstreiberei und dem Ende des Tankrabatts weiter unsere Lebensgrundlagen. Die Ölmultis freuen sich derzeit. Übrigens genauso, wie sie sich schon bei der Einführung des Tankrabatts gefreut haben. Sie füllen sich weiter die Taschen. Zitat, focus.de. Nach Ende des Tankrabatts mit Reaktionen auf Spritpleiß-Explosion entlarven sich die Ölmultis. Pünktlich mit dem Ende des Tankrabatts sind die Preise an den Zapfsäulen in die Höhe geschossen und zwar mehr, als die auslaufenden staatlichen Vergünstigungen betrug. Dabei ist der Ölpreis ein Fünftel billiger als Anfang Juni. Es riecht stark nach Abzocke. Zitat Ende. Ja, die unfähigen deutschen Politiker, also die Regierung vor allen Dingen, bleibt sich treu. Zu Beginn des Tankrabatts hat wer profitiert? Genau, die Ölmultis. Zum Ende des Tankrabatts profitiert wer? Ja, genau, die Ölmultis. Weiter focus.de. Zitat, mit dem Monatswechsel hat das muntere Drehen an den Spritpreisen eingesetzt. Die Richtung ist dabei klar, nach oben. Und zwar deutlich mehr, als das Auslaufen des Tankrabatts ohnehin befürchten ließ. Gemessen an den Durchschnittspreisen würde ein Liter Diesel nach dem Ende des Tankrabatts 2,14 Euro kosten, Benzin 2,18 Euro. Die Ölmultis knallen jedoch einen satten Aufschlag obendrauf. An manchen Autobahntankstellen haben die Preise sogar 2,50 Euro deutlich überschritten. Marion Jungblut vom Bundesbank der Verbraucherzentralen bringt es bei focus.de auf den Punkt. Zitat, die Mineralölkonzerne fahren in der Krise Rekordgewinne ein. Das ist bitter für die vielen Verbraucherinnen, die sich Sorgen machen müssen, ob sie die nächste Tankfüllung noch bezahlen können. Zitat Ende. Und die Regierung, ja, sie tut genau nichts. Ja doch, sie tun schon was. Sie zeigen ihre Arroganz und Inkompetenz auf breitester Front. Breiter geht es gar nicht mehr. Die Frage sei ernsthaft erlaubt, ob das, was die da treiben, tatsächlich mit ihrem Amtseid noch vereinbar ist, den Schaden vom deutschen Volk abzuhalten. Ein paar kleine Beispiele für diese, naja, ich hab's hier stehen, überbordende Inkompetenz. Habeck und seine Lakaien haben keine Ahnung, wie der Gasmarkt funktioniert, konnten wir lesen und füttern mit der Gasumlage gesunde Gaskonzerne und sie belasten die eigenen Bürger. Aber es kommt noch schlimmer. Zitat Welt.de. Die Gasumlage von Wirtschaftsminister Robert Habeck strotzt vor Fehlern. Welt am Sonntag legen Informationen vor, die zeigen, dass Interessenverbände bei der Entstehung der Verordnung sehr aktiv waren. Wichtige Einwände von Vertretern der Gaskunden wurden dagegen nicht berücksichtigt. Zitat Ende. Naja, da sieht man, wer hier wem wirklich wichtig ist. Jetzt kommt der Bock schlechthin, nämlich Baerbock. Baerbock ist vor allem für die Ukraine da und sie pfeift auf die Notlage der Deutschen. Zitat Welt.de. Die Sanktionen gegen Russland werden laut der Außenministerin nicht aufgehoben, selbst wenn es Proteste wegen hoher Energiepreise geben sollte. Wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, wir stehen an eurer Seite, solange ihr uns braucht, dann will ich es auch einhalten. Egal, was meine deutschen Wähler denken. Zitat Ende. Naja gut, sie hat uns ja auch irgendwas versprochen, aber das ist Schnee von gestern und offensichtlich relativ wurscht. Sie wissen schon, das Ding mit dem Amtseid. Tja, und eigentlich brauchen wir ja gerade eine helfende Regierung, aber das passt irgendwie gerade nicht. Und jetzt der Chef von der Janse, Bundeskanzler, der Olaf, der Scholz. Unser Bundeskanzler Scholz kann sich mal wieder an nichts erinnern. Kommen da Zweifel an seine Integrität. Also Integrität ist sowas wie Unbescholtenheit und Anständigkeit. Naja, das ist für Politiker ja so und so ein Wort mit sieben Siegeln, hat man immer mehr den Eindruck. Gänisch nicht oder an das Wort, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Zitat Tagesschau.de zum Untersuchungsausschuss. Sie wissen schon, Cum Ex und so, wo er sich an nichts erinnern kann. Der Kanzler wirkt, wie so oft, dünnhäutig, zuweilen arrogant. Immer wieder missglückt ihm seine Kommunikation. Er hat aber nicht die Größe, sich das einzugestehen. Zitat Ende. Nee, unser großer Kanzler hat nicht die Größe. Das also ist unsere Qualitätsregierung. Nur ein paar kleine Beispiele. Da hätten wir schon noch mehr. Ich habe ja gar nicht gesprochen über so Nasen wie Lauterbach, Verteidigungsministerin Lambrecht, Lindner oder Cem Özdemir. Und es gibt ja noch ein paar mehr. Wir fallen die Namen gar nicht ein. Ja, zurück zum Zankrabatt. Er hat am Anfang bei Einführung vor allen Dingen die Ölkonzerne erfreut. Und jetzt bei Beendigung erfreut er vor allen Dingen die Ölkonzerne. Erinnerung. Zitat Fokus.de. Pünktlich mit dem Ende des Tankrabatts sind die Preise an den Zapfsäulen in die Höhe geschossen und zwar mehr als die auslaufende staatliche Vergünstigung Betrug. Betrug. Sie wissen schon, betragen hat. Ich rede hier ja nicht von Betrug. Dabei ist der Ölpreis, Zitat weiter, dabei ist der Ölpreis ein Fünftel billiger als Anfang Juni. Es riecht stark nach Abzocke. Zitat Ende. Und wir sind die Decken bei der ganzen Geschichte. Nicht vergessen. Also wir jetzt. Wir, die Deutschen, die Bevölkerung. Schön zu beobachten. Woanders geht es auch anders. Also es soll auch Regierungen geben, die sind für ihre eigenen Leute da. Zitat Heise.de. Benzinpreis. Deutschland beendet den Tankrabatt. Frankreich stoppt ihn auf. In Deutschland endet der Tankrabatt und die Preise steigen kräftig. Frankreich stoppt dagegen auf. Zeitlich begrenzt gibt es einen Nachlass von 30 Cent pro Liter. Zitat Ende. Oder ADAC.de. Auch sehr schön. Aktueller Preis Diesel in Frankreich. Derzeit 1,95 Euro. Deutschland bis zu 2,50 Euro. Stand 4.9.2022. So Leute, ich gehe jetzt mal tanken. Oh nee, ist schlecht heute. Die Bank hat zu. Ich muss nämlich erstmal bei meiner Bank vorbei und einen Kredit beantragen. Fürs Tanken.